Herzlich Willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Nasus. Er gehört der Rolle der Kämpfer und man spielt ihn auf der Toplane. Seine Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden hin er verursacht, ist gemischter Schaden. Außerdem besitzt er eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass er am stärksten gegen Ende des Spiels ist. Das war es aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der passive Seelenschlinger. Wenn Nasus seinen Gegner Schaden zufügt, erhält er zusätzlichen Lebensraub und heilt sich. Bei der Q schlägt Nasus auf seine Gegner ein und verursacht Schaden. Wenn er das Ziel tötet, erhält er 3 Steigerungen. Für die Steigerung macht aussaugende Schläge 3 Schaden mehr. Ein guter Ausgangspunkt sind 400 Steigerungen bei 20 Minuten. Die großen Kanonen Minions, Monster oder auch Champions geben dann sogar 6 Steigerungen, wenn ihr sie tötet. Kommen wir zur W. Nasus lässt einen gegnerischen Champion altern, wodurch dessen Lauf- und Angriffstempo über eine bestimmte Zeit verringert werden. Die E ist das Geisterfeuer. Nasus entfesselt an einem Ort eine kreisförmige Geisterflamme, die Schaden verursacht und die Rüstung der Gegner verringert. Zum Schluss zur Ultimate. Nasus entfesselt einen mächtigen Sandsturm, der nahe Gegner beeinträchtigt. Solange der Sturm wütet, erhält Nasus zusätzliches Leben und Angriffsreichweite. Er fügt nahen Gegnern Schaden zu und verringert die Abklingzeit von aussaugender Schlag, also der Q. Weil das nicht reicht, erhält er für die Dauer der Ultimate zusätzliche Rüstung und Magieresistenz. Sobald ihr diese Fähigkeit aktiviert, gibt es nichts anderes als rein da. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein, in der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag Stay Untiltable